Ich entschuldige mich hiermit einmal, dass ich nicht auf die AUSA-Versammlung kommen kann, aber ich möchte trotzdem ein paar Worte mitgeben, was meine Anliegen wären. Das ist die persönliche Schutzausrüstung. Bitte pflegt es mehr. Das ist eh schon weit besser geworden, aber zu stillführen, das ist nur wie eine Katastrophe. Das müssen wir in stillführen. So sollen es nicht ausschauen. Dann die Vortenbücher. Lfb ist super mit dem Vortenbücher schreiben, MTF gehen mir teilweise noch Kleinigkeiten ab. Aber es soll groß und ganz und passt sein. Und ein Anliegen wäre meine, wenn euch was bricht bei den Fahrzeuge oder bei den Gerätschaften, meldet euch gleich. Ich bin jederzeit erreichbar für euch, wie ihr seht. Ich mache das und passt wieder. Aber bitte ruft es mir an. Schutzausrüstungen bitte auch schauen, dass ihr nachher dann wieder am Ort zurückkommen, wo ihr auch hingehören. Das ist auf die Käse-Puls nummeriert. Beim nächsten Einsatz geht es euch weit leichter, dass ich das richtige Quant wieder finde. Da hängen die Oberranze, die sind nach der Größe her nummeriert. Genauso wie die Stiefel sind mit der Größe nummeriert. Und die Jacken bzw. die restliche Schutzausrüstung genauso. Ja, also. Zack. Das ist das Obergerät. Das gehört jetzt dann. Da aufgehängt. Da wir jetzt bist du so, wie ihr macht. Da Asianschpl部分. Da sind die độ ein Gerät. Da ist die